Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Zwischenstream-Video. Wir sind hier auf Ginger Island in Stardew Valley und heute ist eigentlich, ich habe hier auf der Insel geschlafen, heute ist eigentlich das Festival of Ice, ich will aber vorher die Zeit nutzen, um hier noch ein paar Sachen zu checken. Also zum einen habe ich ein bisschen mehr Sachen angebaut, weil ich gesehen habe, dass wir Golden Walnuts vom Anbauen von Kram finden. Dann ist mir aufgefallen, dass wir, ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, nope, dass wir hier ein suspicious Kram hatten. Hier haben wir etwas suspicious, jo, also diese Anordnung, wo es danach schreit, dass etwas im Zentrum ist und hier haben wir auch was mit diesen türkisen Dingen und ich könnte mir vorstellen, ja, hier ist auch was. Hier habe ich nichts gesehen und hier ist, ah, wie meine, Mist. So, dann habe ich etwas gefunden, das will ich auch nochmal kurz checken, da bin ich gleich wieder weggelaufen, als ich das gesehen habe. Achso, ich habe übrigens die Anzahl der Dings richtig geraten. Also wir hatten uns der blauen Blumen, Purple Blumen, was wir beim letzten Mal falsch gemacht hatten, das waren 22. Wir hatten, ich hatte 21. Ich hatte das Gefühl, dass ich am nächsten Tag, dass ich an dem einen Ort eine nicht gesehen hatte, weil ich da nicht war. Und das war also alles in dem Bereich, den wir bereits zugänglich haben. Also das scheint davon unabhängig zu sein und ich habe auch den Eindruck, sie haben sich nicht verändert. Also das scheinen jeden Tag die gleichen Orte zu sein und ja, also es war 22, einer mehr. So, wenn wir hier durchgehen, hier kommen wir wohin? Ich bin gleich wieder weggelaufen, als ich das gesehen habe. Wenn dark clouds cry, beginn your quest to seek the favorite gembirds for each day, or north, south, west, or west, north, south, east, or west. Arrange the gifts upon my door. Okay, die Ding, okay. Also diese gembirds, die habe ich schon gefunden. Dark clouds cry, okay, also wenn es regnet. Da habe ich auch die Gems schon eingesammelt. Ah, hier ist noch ein Dings. Okay, da müssen wir jetzt also, das müssen wir uns jetzt also merken, wo die, also hier war einer. Ich glaube, der hat mir den Topos gegeben. Das war, glaube ich, ein Diamond. Nein, das weiß ich nicht mehr. Also, das müssen wir einfach nochmal machen, wenn es regnet, glaube ich. Ja, okay, und da wollen wir uns, ja, manis Mensch, da wollen wir uns auch gleich mal hinbegeben. Okay, da können wir zu Fuß sind. Weil dieses Eis-Festival, das wollen wir doch noch machen. Und eine Sache ist mir eingefallen. Wir haben ja, wir wollen ja Melons testweise mal hier anbauen. Es könnte sein, dass wir die im Night Market kriegen, am Ende des Monats. Und ja, da wollen wir mal schauen. Ich habe mich auch entschieden, in einen Fischpond einen Blue Discus oder so ähnlich Fisch reinzuwerfen, den wir da in Ginger Island gefangen haben. Tausend Wood in a Week. Das können wir machen. Brauchen eh noch ein bisschen Holz. Und ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt mal unseren Festival auf Eis Gedöns hier. Indem wir mit allen reden. Hi Schatz, I'm not very creative when it comes to Snowmen. The snow is so cold, what do you think of my snow goon, what kind of snowman should we make? Classic one, whatever. Whatever. Ich glaube das letzte Mal habe ich was anderes gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Nein, wir planen unbedingt die Ice Vision Competition, wollen wir mal schauen. Okay, so du mal weißt, that's the spirit. Schon noch mal eine Jacket, ja, ist das hier irgendwas? Das sehe ich zum ersten Mal. Ne, das ist, dass wir da nicht, ah, dass wir da nicht landen können, okay. So, dann ihr noch. Extreme Temperatures. Das ist noch gut. Ist hier eigentlich was drin? No. Ja, werde ich und ich werde geschlagen, ich werde euch alle besiegen. Ähm, so. So, hast du irgendwas, das haben wir schon. Das könnte ganz hilfreich sein. Ja, das können wir aber alles auch selber brauen, also brauen wir nix. Das ist gut. Yes, 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 yes. So, mal gucken. Also ich hoffe ich weiß noch wie es geht. Ich glaube ich muss ja einfach noch angeln. Mal gucken. Okay. Yes. Oh Gott. Warum drehst du dich nicht um? Ich hasse dieses Spiel. Okay. Ich bin ganz ruhig. Okay. Also wenn wir das nicht gewinnen, werde ich das glatt nochmal machen. Einfach nur, weil sich der blöde Idiot nicht... Es muss wieder ein halber Pixel gewesen sein, warum er sich in die falsche Richtung gedreht hat. Ich glaube, wir brauchen Sex. Ich bin ja doch so ein bisschen kompetitiver Angler. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Und, naja, das ist halt auch noch vom Würfelglück abhängig. Jo, äh, ne, das ist das... Ja, ja. Ja, und den kriegen wir jetzt nicht mehr rechtzeitig. Oder? So, ich glaube, fünf reichen nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ob der letzte zählt. Okay, fünf haben gereicht. Gut. Ja, aber, äh, ne, wie üblich schafft es das Spiel immer wieder dieses wunderbare, einfache, angenehme, kleine, ähm, Casual-Game, mich, ähm, kompetitiv, äh, soweit anzustoßen, dass ich, äh, ein bisschen, ne, 2000, sehr gut, dass ich ein ganz klein bisschen die Kontenanz verliere. Also gerade dieses, ne, dieses Richtungsding mit dem da, da. Ja, ja, ja. Ich kann da schon glauben. Ich kann nicht, in dem Fall, stimmt, kann ich es nicht wirklich glauben, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass das nicht funktioniert hätte, weil, ähm, ne, weil wir ja zweimal, ähm, in die falsche Richtung geguckt haben. Ähm, ich meine, der Resource Rush ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir ja, ähm, wegen Winter und so. Ähm, ja, das ist dick. Und hier wächst ja nichts mehr. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass Bäume im Winter größer werden. Ich meine, wir können die, die wir hier haben, ja auch einfach mal umbauen. Da haben wir sowieso zu viel von den gleichen. Aber, ja, also das war, ne, wie üblich wieder dieses, äh, ich meine, ich bin ja schon oft genug an dieser Tatsache gestorben, dass der Charakter sich dann irgendwie in eine Richtung dreht und, ähm, bleibt für immer unklar, was da die Gründe sind. Ja, also ich glaube, hier werden wir kein Holz finden. Weil ich glaube nicht, dass irgendwas nachgewachsen ist. Hier werden noch genau die sein, die wir stehen gelassen haben. Und das wird's gewesen sein. So, und dann gehen wir jetzt noch ganz entspannt zurück. Das müssten wir schaffen, oder? Ja, ja, ich denke, das schaffen wir. Und, ja, das war dieser Tag, ähm, naja, ne, das war ja Festival auf Eis. Das wusste ja, dass wir da nichts bereisen können. Ich werde dann also morgen, ähm, nochmal wieder zum Ginger Island Ding zurückgehen und hoffen, dass wir da, äh, das erledigen können, was wir heute nicht erledigen konnten. Ja, ja, da bin ich wieder, ähm, ich habe mal ein paar Rain Totems gebaut, damit wir, ähm, dieses Rätsel mit dem, äh, komischen Bird, ähm, auch kriegen können. Weil, ähm, erlösen können. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wo die, ähm, Birds, äh, aufgedacht sind, weil ich mir das nicht gemerkt habe. Und das scheint ja relevant zu sein. Ähm, und, ja. Und die einfachste Methode ist einfach, äh, Rain Totems zu bauen und dann zu hoffen, dass es am nächsten Tag regnet. Und die Chance müsste dadurch erhöht sein. Ähm, ich wollte mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Wir müssen irgendwie noch nach da kommen können und das ist mir alles unklar. Können wir... Okay. Das ist schon mal gut. Äh, kommen wir immer noch nicht weiter. Warte, wir haben eine gefunden. Aber nicht da. Nicht so viele, wie ich finden wollte. Aber wir haben ja in jedem Fall auch... Also droppen tut ihr eine ganze Menge interessanten Kram. Ah, das Hardwood, wir brauchen. So, kommen wir hier durch. Hier ist auch nichts. Äh, hier waren wir schon. Hier ist was. Mhm. Oh, ich musste rechts klicken. Ich meine, hier waren wir ja schon ein paar Mal. Ähm, und das Einzige, was ich nicht gemacht habe, das war mir dann nach dem Stream auch noch eingefallen, ist rechts klicken. Ich habe halt versucht, da rumzuhacken mit der, äh, Spitzhacke und mit einem möglichen anderen Kram. Rechts klicken. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Hier waren wir auch schon. Haben wir... Irgendwo Bäume noch? Nope, die sind... ...noch nicht gewachsen. Äh. Aber hier? Hier. Hier haben wir noch genug Bäume. Und das sind normale Bäume. Die sind auch viel besser. Was will ich? Hardwood brauche ich im Moment nicht. Ich brauche im Moment Standardwirt. Also muss ich mich nicht um den Hardwood-Kram kümmern. Ja, es ist, äh, früher morgen. He, he, he. Äh. Ach, come on. Gehört das eigentlich zu der... Er zählt. Gut, dann lassen wir dich jetzt mal wieder ein bisschen wachsen. Hier haben wir noch mehr, hier haben wir noch mehr, hier haben wir noch mehr. Die Insel wird natürlich gleich von allen Ressourcen befreit. So, dann werden wir mal sehen, ich denke, haben wir irgendwas... Nö, wir können einfach hier schlafen und dann werden wir ja sehen, ob es morgen regnet. Und dann werden wir mal gucken, ob wir diese Geschichte... Was ist denn mit dir eigentlich hier? Was fehlt noch? Weil das sieht... Vielleicht ist das irgendwie eine Hafenanlage hier, weil ich meine, wir sind ja hier direkt am Strand. Vielleicht passiert damit irgendwas Interessantes. Das ist der Hardwood. Ach, das war ein Rest von dem... Wenn Sun is Engel, it feels good in the jungle. Okay, warum bist du hier? Okay. Solltest du nicht in deiner Hütte sein? Ja, das weiß ich. Achso, und wir haben einen neuen Auftrag hier von unserem Kollegen Snail bekommen. Der möchte jetzt, dass wir irgendwelche Purple Sachen zählen. Äh, 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 irgendwelche anderen Sachen zählen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ähm, das hier. Purple Starfish. Purple Starfish. Die hier? Ist das Purple? Sehr... Ist ein sehr schwaches Purple. Aber es ist denkbar, dass das Purple ist. Ne. Dann werde ich bald mal mit unserem blöden Ginger durchgehen. Wir sind schon wieder voll. Shipping Bin. Oh, da ist noch was für Gunther. Sehr gut. Das kann da hin. Das ist Mining Resources. Mining Resources. Shipping Bin. Minerals. Wollen wir alles schön wieder herrichten, dass da wieder was nachwachsen kann. Läger. Dannтесь mal. Oh. Kann ich es vielleicht von hier abschießen? Okay, vielleicht gibt es hier noch einen Hintereingang oder Ausgang aus der Höhle oder so? Ja, ich nehme an, dass die Starfish gemeint sind. Oh, ist noch was mehr für Gunther, sehr gut. Oh, der wächst ja nur da? Sekunde, ist da vielleicht was? Ja, hahaha. Okay, also auch mal Unterbäumen gucken. Interessant. Wächst doch, ich meine, das müssten wir doch hier überall, ja, aber anbauen können. Okay, ähm... Da ist technisch möglich, dass wir auch aus diesen Dingern Golden Walnuts bekommen, aber... Okay, na gut, dann schauen wir mal. Und es regnet, das hat schon mal funktioniert. Das Hälfte haben wir, davon haben wir auch. Das ist gut. Und wie viel fehlen hier noch? 22, okay, ein bisschen. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ich sollte mir vielleicht, ähm... Äh, Karte haben wir nicht. Das ist ein bisschen doof. Gut. Ähm... So, wir tun einfach so, als wären wir ganz normal auf der... Wir würden ganz normal unserer Arbeit nachgehen. Ich weiß halt auch nicht, ob diese... Ich weiß halt auch nicht, ob diese... Ich meine, das klang so, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese, ähm... Birds... Ähm... Ob die... Immer spawnen, oder ob das Zufall ist. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Und vor allem, wo sie spawnen. Also... Also hier ist jetzt keiner. Nee, was auch immer du machst... Ich glaube, da haben wir gerade einen Baum gekillt. Aber egal. Na so, da kommen wir ja nicht durch. Äh... Aber hier kommen wir durch. Okay. Oh, hier haben wir einen Bird. So, wo sind wir hier? Wir sind hier... Ich denke, das ist der südlichste Punkt. Und... Das ist ein Blue Bird. Würde ich sagen. Und du lässt was fallen? Aquamarine. Und jetzt fällt mir hier alles aus der Hand. Und... Aquamarine. So, und ich glaube... Es... Jetzt ist die Frage, ist es einer pro Regen? Oder ist es... Sind es immer mehr? Also... Sind es immer alle? Oder ist es nur der eine? Das hatten wir schon, ne? Ja. Können wir es... Ich kann es ja einfach kaputt lassen. Dann weiß ich, dass ich da schon... gebuddelt habe. Genauso wie hier. Können wir hier... Immer eine total blöde Frage. Können wir hier angeln? Nope. Weil theoretisch ist da Wasser, aber es ist zu weit weg. Ähm... Und ich denke, das haben wir auch gemacht. Und hier kommen wir da bestimmt hin, oder? Achso. Habe ich neben den... Neben den Bildschirmen geklickt. Da konnte... Äh... Weil das Bild flackerte kurz bei mir. Aber das war... Weil ich neben das Fenster geklickt habe. So... Hier wollen wir... Ja... Hier können wir ja arbeiten. Hier ist kein Vogel. Jetzt ist auch die Frage, ob wir den... Ob wir diesen Gem da jetzt gleich hinbringen müssen. Wahrscheinlich. Und es ist auch denkbar, dass das auch genau eben... Also derselbe Gem sein muss. Dass ich nicht... Nee... Ich glaube... Nee, das ist unwahrscheinlich, oder? Dass das Spiel... Track... Nee, da müsste es ja zwischen den einzelnen... Unterscheiden. Und ich glaube, das passiert nicht. Okay. So... Hat das einen Grund gehabt, dass du hier gestanden hast? Nee, sieht nicht so aus. Da wollen wir mal gucken, ob hier jetzt ein Vogel ist. Ich bin mir hiermit nicht mehr unbedingt sicher. Deswegen nehmen wir das mal runter. Ähm... Das war ja eher so geraten. Wir können den Topaz ja in unserer Dingsbar halten. Ähm... Aber die Aquamarine... Aquamarine war definitiv... Ja... Hier, das ist... Das ist der Steg. Ja, ja, ja. Das ist der Steg. Am Schalter der... Okay. Okay, das ist der komische Frosch. Frosch... Hm... Cool. Fisch. Der Giff ist ein Cocktail. Der Giff ist ein steig... Du hast es geschafft! whether das nicht mehr braucht. Der ja... Der ja... Konzer Olympics. Einerprofits haben dieses ausgebl 뽑igen. Es wäre das Valve bei... Also, ich würde mal sagen, es ist ein Vogel pro Regen. Und ich habe übrigens gehört, das eine war auch kein Diamond, das er hat den Erd, der erste Vogel, obwohl das war ein Emerald. Und der war da, auf der Seite, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass ich... Wir können es ja testen. Und dann könnten wir auch theoretisch den letzten versuchen zu raten. Ist die Frage, ob das geht oder ob die tatsächlich spawnen müssen, damit das ganze Rätsel funktioniert. Also, wenn wir mal sagen, dass ich mich nicht geirrt habe. Dann war das Ding da. Und ein Emerald. Und wir nehmen jetzt einfach irgendeinen. War hier. Jetzt können wir theoretisch... Aber das gibt zu viele Minerals. Das ist nicht wirklich hilfreich. Ich hoffe, dass ich mich recht erinnere. Weil mir waren die aufgefallen und die waren strange. Und ich meine, ich dachte einfach, es gibt hier einfach diese Vögel, die... Hier... Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Die einfach... Gems droppen. Das ist halt hier einfach das Ding. Und... Das haben wir, glaube ich, auch schon abgegeben. Das ist was für Gunther. Na gut, der hat schon wieder zu. Wir könnten einfach dann nochmal... Das machen... Das machen... Come on... Stimmt, da konnten wir was mit kochen. Ja, das müssen wir auch machen. Ja, ich glaube nicht, dass hier... Ich denke, es ist einer. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt folgendes. Wir fahren zurück. Wir fassen unseren Ehepartner und unsere Tiere an. Und kommen dann und benutzen, bevor wir zu Bett gehen, nochmal den... Obwohl... Nee... Nee, 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 den Waintotum müssen wir hier benutzen. Denke ich. Weil das Wetter ist nicht das gleiche. Also wenn es hier regnet, regnet es nicht zwangsläufig auch... Äh... Hier in der... In Pelican Town, oder wie das Kaff heißt. Na, da gucken wir mal ein bisschen... Ähm... Seaweed gefangen kriegen. Aber ich denke an Seaweed und nicht an irgendeinen speziellen Fisch. Deswegen... Werden wir spezielle Fische fangen. Ja, ja, das ist... Der, ähm... Psychic Random Numbers Generator in diesem Spiel... Ja, ja, der immer genau das gibt, was man gerade nicht haben wird. Achso, und eine Sache, die ich auch mal gecheckt habe... Oh, was machst du denn hier? If you ever bought, you can always hang out in my room. Okay. Ähm... Wir können unsere, ähm... Pen übrigens nicht auf... Äh... Aufrüsten. Äh... Mit der wir hier die, 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 die... Äh... 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 Aussortieren. Das ist etwas, was in 1.6 eingeführt wurde. In der... Vor kurzem erschienenen... Äh... Neuen Version des Spiels. Oder die, ne... Gepatchte Version oder weiterentwickelt, wie auch immer. Ähm... Ähm... Aber in dieser Version, die wir spielen, gibt's das noch nicht. Ja. Ach... Zentimeter falsch. Ähm... Deswegen. So, wir haben das mit dem... Und eine Sache können wir auch mal checken. Haben wir eigentlich... Das ist neu. Poppy Sweet Muffin. Äh... Weather Report. A few inches of snow. Yeah. And a special for the Fern Islands. Okay. Es gibt also auch da einen, ähm... Wetterbericht. Gut. Mom's done a great job improving the place. Ja, ja. Aber der war so gut. Ja. Da würde ich sagen, ähm... Shippen wir mal noch ein bisschen... Äh... Nein, 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 nein. Farm. Ein bisschen davon. Ah, das kann weg. Das kann weg. Und hier können wir noch ein paar Bäume umhauen. Die müssen wir eh die sich blockieren hier. Der kann bleiben. Wie viel Holz brauchen wir noch? Also erstmal brauchen wir noch... Neun Ginger. Das müssten wir hinkriegen. Ich habe es auch schon mal... Schon mal geschafft in so einem Holz, äh... Ähm... Ding, wo ich dachte, ich brauche unbedingt eine Menge Holz, äh... Angefangen habe, aus Versehen meine Fruit Trees umzuhauen. Ja, ja. Das ist... Das wollen wir vermeiden. Aber gut, ähm... Ja, ich würde sagen, dann bringe ich euch zurück, wenn wir wieder in Ginger Island sind, um zu gucken, ob wir rauskriegen, wo der zweite... Äh, was ist das hier eigentlich? So, hier auch noch was? Moment. Okay. Ähm, wenn wir... Äh, da wieder sind und es regnet und wir gucken können, ob wir diesen komischen Vogel wiederfinden. Und ansonsten... Haben wir ja... Ja, ich denke... Ich meine, ich könnte dann aber anfangen, diese komischen Purple Dinger zu zählen. Also so mittelmäßig Lust zu haben. Aber ich meine, gut, das war so schwer ja nicht. Bei den komischen Flowers hat es ja auch funktioniert. Ähm... Ähm... Oh, ich meine, Ginger Island ist jetzt im Winter sowieso unsere Anlaufstelle Nummer 1, weil hier passiert ja einfach nichts. Also selbst Bäume wachsen ja nicht. Und wir haben ja... Ja, ich meine, wir können immer noch von Zeit zu Zeit hier mal Sachen, äh... Aber ich meine, der Kram... Honey haben wir auch nicht. Die sind auch leer. Äh... Mushroom Tree funktioniert auch nicht mehr. Äh... Das ist alles für mich. Können wir mal verkaufen. Ja, also dann melde ich mich wieder, wenn wir, ähm... Etwas Interessantes in, äh... Ginger Island vorfinden. Oh! Äh, hallo! Ja, ich bin mal hier im Jojo-Markt reingegangen... Hier kann man reingehen. Und hier sind Sachen. Missing Bundle. Wine, Dinosaur, Mayonnaise... Oh, daraus kann man Mayonnaise machen, habe ich nicht gewusst. Kaviar, okay. Wurzeln, Ancient Fruit. Okay, das haben wir alles. Okay, hier können wir noch mehr machen. Ähm... Düm, 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 düm. Ähm... Kann... Kann irgendein Wein oder muss es ganz spezieller Wein sein? Wine, Wine. What? Oh, nee, der muss silbern sein. Okay. Dazu müssen wir ihn, glaube ich, altern oder so. Und das können wir noch nicht. Okay. Dinosaur, Matic Chart, haben wir Ancient Fruit. Okay, 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 okay. Äh, das kann man zu... Also erstmal können wir hier... Pumpkinjuice... Können wir alles... Mal kurz... H-Supercucumberrow. Okay. Blueberry Jelly. Können wir alles mal verticken. Ähm... Erb, derb, derb, chipping bin. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, 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 äh... Come on, Mushrooms brauchen wir nicht. Das ist alles gut soweit, 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 das ist alles gut soweit. Okay, ähm... So, meine Wörter, ähm... Das haben wir. Vault Sermon haben wir, glaube ich, auch. Goldenen möchtest du haben? Goldenen haben wir. Dinosaur Mayonnaise, damit wir mal gucken, ob wir das, wie wir das machen. Ähm, wenn wir... Farm... Guck, haben wir Dinosaur Egg, haben wir. Wenn wir das Ding in... unseren... Oh ja! Habe ich nie die Dinosaur Mayonnaise gemacht? Offensichtlich nicht. Okay. Gut, ähm... Das passiert dann also auch. Kaviar... Sturgeon Roar. Okay, das ist also tatsächlich, es gibt also Kaviar, gut. Jetzt müssen wir noch von unserem Sturgeon Roar bekommen und uns in die Preserves tun. Okay, okay, okay. Und hier mit dem Wein. Cake. Wine, Wine. Das ist ja nicht hundertprozentig klar, aber im Moment kriegen wir... Ancient Fruit. Okay. Ähm, dim, 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 dim. Fruits. Jetzt fehlt eine fucking Bullshit. Ah, fucking hell. Und wir können Ancient Fruit... Äh, können wir nicht verbessern. Und das ist keine Ancient Fruit. Das ist die blöde Crystal Fruit. Fruit. Okay. Das ist frustrierend. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir die angebaut haben. Aber... Hm. Haben wir eigentlich nur... Nope. Okay. Hier haben wir auch nichts. Ja, also das war ja... Das war ja unschön. Ähm. Ähm. Das nächste Haus-Upgrade. Das war... Deswegen war ich hier. Hunderttausend. Mehr nicht? Cool. Da können wir dann nämlich unseren Wein altern. Okay, dann verkaufen wir mal noch nicht alles. Ähm. Ne, komm, reicht. Ähm. Und da können wir alle möglichen anderen Kram altern lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Silbern ist auch... Da müssen wir... Das ist etwas, was ich dann irgendwann auch automatisieren will. Aber, ähm... Zunächst machen wir das dann erstmal von Hand, damit wir das bei Silber auch gestoppt bekommen. Weil ich glaube, wenn wir das automatisieren, werden die immer weiter geaget... Also gealtert die Sachen, bis sie, ähm, Iridium-Qualität haben. Also die werden halt... Also das sind halt Sachen, die mit der Zeit besser werden. Ähm. Wie zum Beispiel Wein oder... Ich weiß nicht, was das... Was es da noch gibt. Also es sind einige Sachen. Ähm. Käse. Ich glaube, mit Käse geht's auch. Ähm. Na gut. Wir gucken jetzt erstmal zu... Ginger Island. Nach Ginger Island. So, hier ist... Hier ist kein Vogel. Okay. So, und dann müssen wir hier auch mal ein bisschen aufräumen. Das kommt mal weg. Ähm. 50. So. Ähm. Das tun wir... Erstmal hier rein. Ja, wer haben wir da noch mit Abonu? Oder haben wir hier noch... Habe ich noch irgendwo... Hab die Foods nur hier, ne? Die sind auch nicht zufällig hier noch irgendwie am Arbeiten. Das wäre ja ein großer Zufall. Nein, sind sie nicht. Habe ich sie in der Küche, aber da werde ich dann, wenn dann nicht die guten haben. Und da haben wir sie auch nicht. Und in den anderen Fridges sind sie auch nicht. Nein, sind sie nicht. Eventuell können wir die noch kaufen einzeln. Vielleicht können wir da einzelne kaufen beim fahrenden Händler. Das könnte sein. Weil es ist wirklich ärgerlich, dass eine fehlt. Und wir jetzt ein Jahr warten müssen, bis wir es wieder anbauen können. Also, äh. Aber na gut. Dann müssen wir halt das zur Not über den Wein machen. Ähm. Warte, wir schauen. Kann weg. Weg damit. Kaffee wollte ich eigentlich gucken, wenn du am Tagst. Haben wir noch Kaffee? Allerdings nicht mehr viel. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier einen Vogel haben. Ich meine, ich habe schon einen gesehen. Ich habe es mir halt nur nicht hundertprozentig gemerkt. Deswegen vermute ich mal, dass die vielleicht gehen die Reihe um. Also, und da wir ja schon einen hier gesehen haben und einen auf der anderen Seite, dass die erst wieder kommen, wenn... Also wir antworten, dass wir jetzt nochmal einen im Norden sehen müssten. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein. Ah, fuck it. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit unseren... Herumgeballer mit unserem Schwert. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber... Oh, Mann. Okay. Jawohl, nee, wir müssen ja... Nee, 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 nee. Nee, wir müssen es auch... Ja, ja, wir müssen es auch einsammeln. Es reicht nicht, wenn wir es einfach nur abgeben, nachdem wir es schon gefunden haben. Es muss also tatsächlich... Okay, da kommen wir wieder nicht durch, aber hier wächst manchmal was. Aber nein, ist nichts gewachsen. Also. Ich vermute mal, der Vogel, es sei denn, der war auch einer und ich habe es vergessen, aber ich vermute mal, der müsste jetzt hier sein. Jo, okay. Das ist lila, das ist Amethyst. Und ich habe im Wetterbericht gesehen, morgen regnet es auch. Also, da können wir sogar, haben wir sogar noch einen Tag mehr. Weiß nicht, ob wir es brauchen, aber... Dann haben wir was Neues. Sieht nicht so aus. Dann können wir den Kram auch einfach verkaufen. Gut, aber dann müssten wir jetzt ja theoretisch alles haben. Also, wenn ich mich gehört habe, habe ich mich gehört. Ich hoffe nicht, dass das sowas ist wie bei dem Simon Says, dass wir dann von vorne anfangen müssen, wenn wir das Rätsel hier mit den Birds falsch machen. Ich würde sagen, das war richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich richtig war oder ob das Spiel einfach nur sehr großzügig ist und dass da einfach nur die vier Dinger da drauf... Obwohl, nee, der Ort war schon relevant, hat ja auch der Hinweis gesagt. Ja, das wird schon relevant gewesen sein. Okay, das haben wir gemacht, das ist gut. Moment, wie viel... Jetzt haben wir ja welche. Jetzt können wir ja hier... Machen wir das? Ich würde sagen, machen wir das. Ja, komm. Yes. Okay. Ja. Okay. What the? Okay. What? What? Das ist jetzt hier so eine Touri-Trap geworden, so eine Art Hotel oder was. Obwohl, hier kann man sich vielleicht umziehen. Vielleicht ist das ein Spa, so wie unser Spa da im Dings. Das ist jetzt ein alternatives Spa, quasi. Zweit Spa. Zwei Spas, das ist Wohlstand. Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, das ist ja schon mal interessant. Dann könnten wir ja jetzt, theoretisch ist der Travelling Merchant, ist gerade nicht da. Verkauft der Desert Trader? Glaube ich nicht. Ist der Ancient Foods verkauft? Ja, ich würde sagen, das war interessant. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, ich bin ja versucht, ja, wir fahren mal zurück und kommen dann mal wieder, wie viele von den Beschwerden? Es fehlen immer noch ein paar, ne? Eine. Jetzt ehrlich, ist ja nicht noch eine irgendwo gewachsen. Da. Sehr gut. Sehr gut. So, das müssten jetzt die 5 Seiten, aber dann verkaufen wir die auch noch. Da sind wir so los. Ähm... Lalalalalala, was war die Money Resources? Da kommt das rein, das kommt da rein. Das ist dafür... für... Money Resources. Davon haben wir inzwischen auch eine ganze Menge. Das können wir dann auch mal beim Blacksmith kaputt machen lassen. Das kommt in die Küche. Ja, da würde ich sagen... Ups, da fahren wir zurück und gucken mal. Ob hier, ob es in der Nacht hier irgendeine Cutscene gibt. Oder vielleicht, oder sollten wir da hier schlafen? Wird wahrscheinlich egal sein. Haben wir hier noch irgendwelche Bäume, die wir killen können? Da kommen wir nicht ran. Wahrscheinlich muss ich auch einfach noch mal ein bisschen weiter in dem, äh... Dungeon von dem Vulkan, äh... Vulkan da rum, rum machen. Ja, ich glaube, wir haben hier alles... Alles umgeholzt. Wie viel haben wir? Zwei, okay. Ja, da würde ich sagen, schlafen wir zu Hause. Und gucken dann, ob es irgendeine Cutscene gibt. Weil ich glaube, hier... Das werden wir wahrscheinlich... Das wird wahrscheinlich erst morgen irgendwas machen hier. Fahren wir mal zurück. Ja. 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 Näää Ich würde ganz gern noch einen Fischteich bauen. Aber was nicht sollen sein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich zurück und wir gehen... Oh, weil das ist nicht mehr weit, das kann man... Da muss ich keinen Cut machen. Vielleicht haben wir hier noch einen Baum. Okay, dann gucken wir mal. Irgendwas ist passiert? Ist ja eigentlich egal, wir haben ja das jetzt erledigt. One of the best things about living in the farm is waking up to a curse of songbirds. Okay. So, jetzt wollen wir hier mal... Gutsplatter, das müssten wir doch können, oder nicht? Da. Ähm, I'm still not good about lettuce. Okay, whatever. What? Louis told me that you've been shipping a lot of ingredients from the island. Ja! Oh, ja, stimmt. Das haben wir erledigt. It's great to have access to new produce. It really opens a whole new world of culinary possibilities. I'm including a gift for you. Some blueprints you might find used. Solar panel? Können wir bauen? Slowly regenerates batteries. What? Ne, generates batteries. Ich wollte gerade sagen, regenerates. Äh, generates batteries. Das ist cool. Okay. Machen wir hier mal irgendwo. So, möchtet ihr irgendwas von mir? Jupp, ihr seid fröhlich. Ähm. So, es war Gold. Ich weiß nicht, das war eine ganze Menge. Ähm. Und Refined Quads war es bestimmt auch. So. 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 Die müssen wir nicht hier. Die können wir. Die sind nicht so groß. So. Wo ist ein guter Platz für die Digger? Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Ja, hier. Hier am Wasser. Da können wir sie kühlen. Ne, das machen wir anders. Das machen wir. Und dann machen wir da auch noch einen Weg hin. Also erstmal kommt das weg, das weg, das weg, das weg. Okay. Wo haben wir jetzt wieder? Wir brauchen ein bisschen Gold und ein bisschen Eisen. Ähm. Gold und Eisen. Ähm. Okay. Wo sind die hier? So. Da machen wir hier noch einen schönen Weg lang. Schönen. Okay. Ähm. Gut. Tiere, 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 Tiere. Aus dem Weg. Blödes. Du nimmst zwei Felder ein. Wow. Okay. Du bist, du bist wirklich ein tolles Tier. Aber ich meine eigentlich Batterien. Ich meine, es ist ganz cool, dass es das gibt. Aber Batterien brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Da haben wir ja... Wir haben ja so viele inzwischen bekommen. Ähm. Und wir können mal zu... ... ... ... ... ... ... ... Ist der... Oh, du bist da. Okay. Da gucken wir dann nachher auch noch hin. Irgendwer wichtiges Geburtsort. Deinen Geburtsort habe ich vergessen. Das war nicht so wichtig. Ich hätte ja die blöde Dings nehmen können. Egal. Egal. Wir gehen zu Fuß. Ach, was soll das denn? Wo... Wo bist du denn schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Du bist einfach manchmal nicht da. Clint. Was machst du denn im Community Center, du Vollpfosten? Hast du den Weg bloß gehört? Meine Güte. Nichts funktioniert, so wie ich das haben möchte. Okay. Dann lassen wir die Dinger eben noch zu. Dann gehen wir zum Strand und fahren... ...fahren... ...machen eine Schiff... ...Schiffstour. Das ist besser. So. Dann wollen wir mal gucken, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Oh, hier muss ich hinklicken. The beach resource is open. The beach resource is open. Temporal close it down to my own. No. So. What? Aber hier ist doch niemand. Was soll das? Ist es, weil es regnet? Ich meine, das muss doch irgendeinen Grund haben, dass das jetzt hier ist. Ich meine, schön, ich kann es zumachen. Ja, toll. Oh, Moment. Das hier ist weg. Okay, das hat das hier freigeschaltet. Okay. Ah, ah, hi. Ähm. Ich muss mal kurz ein bisschen Platz schaffen hier. Äh. Interessant. Hi. Ähm. Moment, hier ist irgendwas drin. Ähm. Ja, hier können wir angeln. Okay. Nur die eine. Okay. Das ist ein Notensymbol. Das ist ein Notensymbol. Hier sind Sachen. Hier sind Sachen zu tun. Ähm. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht gedacht so, aber ich kann theoretisch. Okay. Ähm. Was ist das? Ich meine, das ist ein Notensymbol. Definitiv. Ähm. 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 Also, das ist, ähm. Ähm. Ginza Island East, würde ich das nennen. Ähm. Ähm. Wir haben da die, die Mermaid und wir haben ein Notensymbol. Und dann haben wir zwei kleine Steine, zwei große Steine und einen kleinen Stein. Einen großen Stein, vier kleine Steine, einen großen Stein, äh, einen großen Stein und zwei kleine mit, ist das vielleicht, das sollen das ein Noten sein? Ein Achtel, zwei Achtel und so ein Kram. Gut, dann habe ich keine Chance. Ähm. Okay. Hm. Moment, ja, wir haben da auch den Mermaid Song gehabt. Das hatte ich mir aufgeschrieben, den muss ich noch irgendwo haben. Ähm. Der Mermaid Song ist eins, fünf, vier, zwei, drei. Das sind fünf, das sind auch fünf. Moment, also erstmal hier haben wir was. Heißt das, Moment, Holz. Vielleicht müssen wir da Holz hintun? Pff. Also, ich rate hier grob. Können wir hier mit irgendwas interagieren? Ich meine, warum ist dieses Ding? Ich meine, hier und hier ist ein Stern. Stern. Okay, ich wollte eigentlich eine Sache machen. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht... Und das ist ein Ding. Ich bin jetzt ein Tier. Ich liebe dich. Ich bin jetzt. Dann bin ich hier. Ich bin jetzt. 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 Also ich habe das Gefühl, das ist hier nur für die Walnut. Ja. Hmm. Hmm. Stern, vielleicht Starfruit? Moment, nee, es gibt Moment, halt, 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 wir haben, es gibt doch haben wir das Ding noch? Haben wir es verkauft? Ja, natürlich. Nee, hier, du hattest Starfish. Okay, vielleicht können wir den nass machen und dann wird er wieder lebendig oder so. Das ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist Starfruit. Okay, nope. Aber es gibt hier ja keine Interaktion, also, nee, 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 nee. Okay, das ist es nicht. Ich kann auch nicht zu dir hin. Kann ich dich, ähm, angeln? Ja, aber das magst du nicht. Okay. 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 Ja, das ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß auch nicht, was diese Gebäude sollen. Ich nehme an, dass die irgendeinen Wert nur haben, aber... Weil vor allem, warum sollte ich es denn zumachen, wenn es, wenn es, wenn eh nichts damit ist? Ist ja irgendwas... Da ist ja schon ein Little Gully nebenbei. Das ist uns ja full of fossils. Okay, das darf ich schon zurecht. Nein. Welche Taste ist das? Wo komme ich da immer drauf? Da? Ja. Y. Was zur Hölle ist das? Okay, keine Ahnung. Irgendwo ein Multiplayer-Kram, denke ich. Also das ist wirklich eine nette Erweiterung, muss ich sagen. Also das gefällt mir wirklich gut, weil ich auch nicht alles verstehe und es nicht alles sofort super einleuchtend ist, was die ganze Sache interessant macht. Ich würde... Haben wir morgen irgendwas zu tun? Ich würde sagen, wir werden dann hier heute mal nächtigen und dann morgen den ganzen Tag im Dungeon zubringen. Vielleicht passiert da irgendwas. Vielleicht regnet es morgen auch... Ne, morgen regnet es auch nicht. Da werden wir vielleicht auch sehen, ob hier mit diesem blöden Ding irgendwas passiert. Ah, schon wieder so ein Vogel. Okay, du bist grün. Green West. Und das müsste ein Emerald sein. Ja. Ja, und das war auch das, woran ich mich erinnert habe. Ja, okay. So, jetzt wollen wir den Kram auch mal einsammeln, weil wir damit sicherlich ja auch irgendwas machen können. Das ist herzförmig hier. Ist das hier irgendwas? Nee, da ist manchmal was gewachsen, stimmt. Okay. In die Hütte können wir auch nicht rein. Habe ich hier schon mal geangelt? Wahrscheinlich. Und noch haben wir unser Angelbonus. Ja, da haben wir das Ding hier. Ja, komm. Bisschen weiter. Ja, sehr zentral. Ja, na gut. Dann gucken wir mal, was morgen hier passiert. Vielleicht ist es echt, weil wegen Regen hier das Bar jetzt nicht in Betrieb ist. Und es wäre auch schön, ob wir unsere Ische hierher kriegen. Aber ich glaube, nein, ich glaube es nicht. Ja, das hatten wir ja schon gemacht. So. Okay, wir haben Pause. Das ist schon mal gut. Another challenge for you. Catch me a Link Card. Then I'm going to say, no, you can do it. A Link Card. Die Gips im River. Okay, ja, komm mal. Wozu ist das hier? Ja, verdammt noch mal. Kann ich hier irgendwo irgendwas anklicken? Ich verstehe das nicht. Irgendwas muss ich doch hier übersehen. Ich kann mich hier hinstellen. Es gibt nichts zu tun. Ich kann mich hier hinsetzen. Wie ich mich auf jeden Stuhl setzen kann. So, du bist weg. Das ist auch weg. Okay, das musste also irgendein... Ich muss beim Regen irgendwas machen. Ich nehme an, es hing vom Regen ab. Weil das ist bisher das Einzige, was hier variieren kann. Ich meine, es könnte ja um Tag abhängig sein, aber nee. Ja, aber wie... Wie benutzt man dieses Ding hier? Und wie komme ich da rein, falls das überhaupt was ist? Oh, Goddammit. Moment, hier vielleicht? Hallo. Okay. Was ist das? Irgendwas. Okay. Da ist ein Boot im Wasser. Ich nehme an, wir können hier angeln. Dann angeln wir hier mal. Okay, wir müssen erst mal aufräumen. tun wir das einfach nur Fisch, dem wir allerdings was machen können. Also kommt er hier rein. Okay. Wir müssen etwas besonderes machen. Nein. Hmm. Okay. Whaaat? Okay. Ist das, weil ich das Ding getroffen habe, oder war das Zufall? Das ist alles... Oh ja, das ist das Coole, das... Was war das? Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein ähnlich... What? Ein ähnliches Erlebnis habe, wenn wir irgendwann... Also wenn ich irgendwann Version 1.6 dann... Wenn ich die installiere. Weil das hier ist alles neu für mich. Und bei 1.6 ist ja auch einiges neu. Stingray, das... Also irgendwas habe ich bei Fischponds gelesen, dass der Stingray ziemlich gut sein soll. Cinder... Dragon 2... Oh ja, den müssen wir unbedingt nach Hause schaffen zum Dings. Äh... Können wir hier irgendwie an dem Boot was machen? Äh... Den müssen wir unbedingt nach Hause schaffen zum Dingsen. Zum Fischpond. Okay. Ja, aber ich meine... Mehr gibt's hier nicht. Ich meine, es ist schön hier und alles, aber... Was ist das hier? Only beim kleinen Hund. Aber ich bin宜wynwynnen. So, jetzt... Oh, okay. Ja, warte mal. Okay, das können wir nicht. Okay, können wir hier irgendwas anderes angeln? Das scheint dein normaler Kram zu sein. Du bist was Besonderes. Vermute ich. Pufferfisch, dich kenne ich auch schon. Okay, ist vorbei. Ja, also, was das hier mit dem... De... X vielleicht? Oh, hallo? Meine Damen? Äh... Caroline, okay. Oh, hier sehe ich die... Wie praktisch. The water is so warm and compact water is really pleasant. Okay. Hallo, Schatz. Okay. What? Jetzt... What? Jetzt ist das Dorf hier. Oder was? The boat ride was fun. I even got to use some nautical training to have to navigate. Ja, ja. Okay, sorry, dass ich die ganzen Leute hergebracht habe. Ja, das... Warum? Let me be sad. Okay, warum bist du... Oh, du bist ein... Ähm, dir können wir Sachen geben. Duckfeather. Das haben wir doch. Duckfeathers haben wir. Oder? Haben wir noch welche? Äh... Guck. Hier, Duckfeather. Lecker Duckfeather. Beste Duckfeather von Welt. Äh, okay. So ist jetzt hier alles voll mit... Okay, also unsere Ische ist doch hier. Aber ich glaube, die ist... Die ist nur da und nicht hier. Okay. Snack Skull. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Hurra, hurra. Schauen wir mal. Das müsste was Neues sein für unseren Kollegen hier. Wir müssen auch unbedingt mehr Kaffee anbauen. Also ich werde in Zukunft sehr darauf achten, dass ich Sachen anbaue, die mir... Und die werden wir in Massen anbauen. Genauso wie wir auch Hopfen in Massen anbauen müssen. Damit wir nicht diesen blöden Weinkram machen müssen. Sondern das mit Bier machen können. Unser Geld verdient. Weil... Also ich brauche einfach Kaffee hier in diesem Spiel jeden Tag. Und das... Wir haben nicht genug. Okay. Beautiful. Okay. Snacks plants might be in the western region of the island. Okay. Jetzt hören wir natürlich gleich den nächsten... Fuck you, Gabe. Das war wirklich, ey. Okay. Okay. Oh Gott. Ähm... Also Lionfish kann weg. Rusty Cork kann auch weg. Obwohl das können wir... Jetzt können wir nach dem... Tuna... Nee, mit Tuna können wir kochen. Pufferfisch. Der war auch für irgendwas nützlich. Wir haben keinen Platz mehr. Wir könnten die Pearl da mal rausnehmen. Aber... Okay. Und wir brauchen definitiv einen zweiten Fishing-Dings. Das geht ja so auf keine Kuhhaut mehr hier. Das was zu essen, das tun wir mal woanders hin. Das tun wir hier zu Food. Haben wir auch keinen Platz mehr. Okay. Weißt du was? Food kommt ab jetzt in die Küche. Okay. Okay. Einmal können wir das vielleicht in den tun. Da ist auch nicht mehr so viel Platz. Tu was erst mal hier rein. Da werde ich eine Truhe... Ich werde eine Truhe ins Haus stellen. Ich glaube, das können wir... Das können wir machen. Pumpkin Soup. Für später. Okay. Und dann können wir die verkaufen. Da tun wir da und dann Dinge rein. Können wir damit... Okay. Damit können wir Sachen machen. So. Dann... Verkaufen. Tu kommt ins Farmhaus. In den Fridge. Kann man damit irgendwas Besonderes machen? Nein. Und da haben wir auch... Habe ich... Die habe ich doch in den... Ja, die habe ich reingetan. Glaube ich. Okay. Halten wir erstmal... Da, 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 da. Kein Platz für den. Es ist zwar kein Minimal, aber haben wir auch keinen Platz mehr. Okay, ja. Also ich sehe schon, ich muss hier mal... Das werde ich offscreen machen. Hier werde ich einiges umorientieren, umorganisieren müssen. Das funktioniert so nicht mehr. Das Ding ist auch voll hier. Der ganze Essenskram kommt hier mal raus. Das ist theoretisch... Ja, das kann Mining Equipment bleiben. Farmhaus. Fridge 1. Da kommt der ganze Essenskram jetzt hin. What the fucking hell. Okay, also... Das ist alles... Da kommen wir nicht weiter. Mir ist immer noch nicht klar, was das... Was uns dieses... Dieses Ding hier bringt. Ich meine, jetzt sind die... Ich meine, es bringt nur Probleme, weil das bedeutet, dass wir die Leute nicht wiederfinden, weil die irgendwo sind. Okay, könntest du mir sagen, wie viel es hier sind auf der Insel? Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass eine zufällige Anzahl von Leuten hier zufällig herkommt. Und das bedeutet, dass ich sie... Ja, 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 ja. Das heißt, wenn ich die hier dann irgendwie suche für irgendwelche Sachen, werden sie dann nicht da sein. Das wird... Das wird mich also nur nerven. Okay, ich verstehe, warum man das zumacht. Okay, das ist schon bald. Okay, das ist schon bald. Oh, fuck. Come on. What? Okay. Was passiert? Oops, was passiert? Setz das Ding da hin! Die? Ist das hier irgendwas? Warum? Ach, das ist Steuerung. Okay. Also dafür sind die Gegner wirklich ein bisschen zu fix unterwegs. Okay, ich denke wir müssen da auf alle diese Dinger steigen. Okay. Und dann passiert hier was. Ja. Ach, goddammit. So, dann... Ähm... Glaub ich irgendwo, wo ich hin will? Ne. Ich will eigentlich... Ne. Ich hab nirgendwo, wo ich hin will. Obwohl, ein Level... Ne, das bringt auch nix. Wenn ich nur wüsste... Gucken wir hier durch? No. Ach, du kannst durch Wände... Natürlich kannst du durch Wände schießen, weil das Spiel... Natürlich hat keiner dran gedacht, Wände zu implementieren. Okay. 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 Das war's. Okay, thank you. Oh, die war schon wieder so dick. Die sind überall. Ich habe da immer noch kein System drin dahinter erkannt. Und ich habe echt ein bisschen Sorge, dass es wirklich 10.000 sind. Dreh dich um! Come on! Zusammen! Okay, wir müssen zurück. Ja, ja. Okay, kein Platz. Mein lieber Mann, ey, das ist ein Stress. Okay, das sind alles Minerals. Vor allem, ich spiele halt nur so mit halbem Verstand, weil ich die ganze Zeit versuche, irgendwie rauszukriegen, also nachzudenken über diese Mermaid da und über dieses Wellness-Ding, was wir da am Strand jetzt aufgemacht haben, was das alles soll. Also, ich meine, die Mermaid, das ist ganz offensichtlich irgendeine Art von Rätsel, wahrscheinlich mit dem Song. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass das da auch fünf Dinger waren. Nur, ich nicht weiß, wie man damit interagieren soll, ist halt strange. Also, wenn ich zum Beispiel bei dem Bird-Rätsel da mit den Gems, da war offensichtlich, wo man damit interagieren musste, da musste man halt nur das Rätsel lösen. Aber jetzt muss man erstmal bei der Mermaid rauskriegen, wo kann ich überhaupt hinklicken. Das ist so strange. Da haben wir also noch einiges vor uns, glaube ich. Und ich wollte das Warp-Totem-Ding. Okay. Ich meine, wir haben noch Rain-Totems, also wir können das jederzeit wieder erzwingen. Aber jetzt, das Problem ist, dass wir jetzt also dieses Bescheuten... Obwohl, das läuft, glaube ich, nebenher, dieses Festival-Night-Market. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir da auch noch andere Sachen machen. Lobsterbiscuit, okay. Schön. Noch mehr? Nee. Okay. Weather Report. Okay, da regnet es. Gut zu wissen. Oh, der Keller ist fertig. I spent the morning repairing a few of the fences. They should be as good as new. Ja, eigentlich sollten die, aber ist egal. Hast du gut gemacht. Starting tomorrow, traveling merchant fleet will duck at Pelican Town for the yearly night market. Start at 5 p.m. Okay. So, wir haben jetzt hier unseren Keller. Kask. Genau, da können wir Wein reintun. Bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir das mal checken. Machen wir das mal. Ähm. So. Silver in 14 days. Okay. Oh, wir haben eine. Oh, den Fisch stimmt. Den Fisch habe ich vergessen. Das hätte ich gestern Abend noch machen können. Aber gut, das machen wir jetzt. Ah, so viel zu tun. Aber ich bin froh, dass es diesen Zusatzinhalt gibt. Dass das nicht so, ähm. Weil sonst kommen wir nämlich so langsam in den Bereich, wo es repetitiv wird. Äh. Three Omnijuts. Kein Problem. Haben wir über. Ähm. Sehr. 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 Das ist schon groß. Das Ding ist leer. Hier haben wir die Dinger drin. Und hier haben wir die Dinger drin. Dann tun wir hier den, äh. Ähm. Kann ich da eigentlich gleich zwei reintun? Ja, kann ich. Okay. Achso. Das Ding müssen wir auch noch machen. Okay. Ja, aber gut. Da haben wir kein Zeitlimit, ne? No. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, da würde ich sagen, hauen wir mal alles um, was wir umhauen können. Mal gucken, ob das reicht. Und bevor wir das machen, essen wir irgendwas, was Foraging erhöht. Ähm. 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 Ey, ich glaub nicht, dass wir dafür genug Bäume haben. Ey, warte, warte. Dings nicht. Oh, das ist alles Hardwood. Und das Holz kriegen wir nicht. Ach, fuck you, Game. Hm. Hm. Nicht ablenken lassen. Weiter. Weiter holzen. Ah, das schaffen wir. Okay. 100... Mh... Finden wir die hier? Nee, die finden wir nicht hier. Die müssen wir hier. Wohl, da haben wir keine mehr. Nö. Weil das ist Hardwood hier, oder? Ja. Da ist theoretisch ein Baum. Hier ist ein Baum. Und da ist auch noch ein Baum. Das müsste reichen. Nee, reicht noch nicht. Nope, reicht noch nicht. Wie viel fehlt noch? Okay, Spiel. Wenn du da, wenn du so pingelig bist, dann werden wir auch pingelig. So, hier fällt natürlich alles ins Wasser, dummerweise. Aber kann man nicht ändern. Und das bringt auch nichts, dass wir uns direkt dran stellen. Es fällt einfach ins Wasser. Zwölf Stück noch. Come on. Zwölf Stück noch. Come on. Zwölf Stück noch. Come on. Hier stehen keine Bäume mehr. Fuckin hell. Hier stehen keine Bäume mehr. Fuckin hell. So, jetzt müssen wir hier nur noch in die Wohnung kommen und das hier abliefern, ne? Oder? Nee. Okay. Müssen wir nicht. Okay. Äh... Community? What? What? No? Also, ja, viel später. Okay. Wusste nicht, dass das geht. Wir können also hier den... Ich meine, die wohnt in dem Mobile Home, ne? Das ist die. Okay. Okay. Okay, der Tag ist ja schon ganz rum. Dann werden wir ja wahrscheinlich da nicht mehr viel beschicken können. Aber wir können ja mal trotzdem hingucken. Ja, aber ich denke, also wir haben hier zumindest... Ist das da ein Auge? Nee, das ist... Oh Gott! Ich dachte, das ist schon irgendein Horror. Das ist eine Möwe, die in dem... Die da im Wasser sitzt und der Kopf der Möse... Mö... Möse. Guten... Guten Tag, Herr Freud. Ähm, die Möwe, der Kopf der Möwe schaut da raus. Okay. Okay, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Ja, 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 ja. Okay, es sind immer andere Leute. Are you having fun, Pups? Wieso existiert das? Okay. Ja, also ich denke, ich werde... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen kann. Ähm, wir können zur... Naja, wir haben dann den blöden Night Market. Da müssen wir hin, weil wir die... Weil ich hoffe, dass wir da die Seeds kaufen können, die wir hier für den blöden Frog brauchen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was dieses Statue soll. Die ist wahrscheinlich auch einfach nur für Spaß. Okay. Okay. Ja, also ich würde sagen, das sollte es erstmal gewesen sein. Ich werde mich wieder melden, wenn noch irgendwas Interessantes passiert. Oder ich irgendwelche Geistesblitze habe bezüglich der Mermater. Mermater. Oder ob ich irgendwie begreife, was dieses Spa-Ding soll. Wellness-Oase, was auch immer. Und ja, da bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und entweder gibt es noch einen weiteren Clip. Oder wir sehen uns, wenn mir nichts auffällt oder einfällt, sehen wir uns dann Mittwoch beim nächsten Stream wieder. Okay. Also, bis dann. Okay. Da bin ich nochmal. Ich habe was gefunden. Hier... Also, erstmal... Das hier sehe ich jetzt erst. Okay. Ähm, hier liegen Steine. Hier geht es... Hier geht es weiter. Hier können wir drunter durchgehen. Okay. 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 Aber hier geht es nicht weiter. Okay. Aber da haben wir zumindest die gefunden. Und ich könnte mir vorstellen... Okay. Ja. Gut. Äh... Das haben wir zumindest... Ähm... Eine Sache erledigt. Ähm... Und ich habe... Immer noch keine Ahnung. Mir ist eine Sache allerdings aufgefallen. Wir haben... Äh... Wo ist das? Hier... Ne... Haben wir... Ne, gar nicht wahr. Hier ist das. Wir haben hier ein Item. Namens Flutblock. Das genau so aussieht, wie das Ding, was neben den Fünf-Stein-Formationen zu sehen war. Also, vielleicht müssen wir das... Weil das sah... Das war auch so rechteckig und hatte auch diese Noten-Support. Vielleicht müssen wir das dahin... Vielleicht müssen wir... Vielleicht müssen wir... Play's a flute sound. Vielleicht müssen wir den Song spielen mit dem Ding. Okay. Also, das... Okay. Das ist eine gute Idee, die ich da gerade habe. Moment. Flutblock. Und die... Und die Steine zeigen mir... Okay. Okay. Dann machen wir mal einen Flutblock und tun ihn schon mal in unser... Inventory, dass ich das nicht vergesse. Das könnte... Das könnte... Das könnte... Das könnte... Das könnte eine Möglichkeit sein. Also, dann machen wir mal einen Flutblock. Okay. So, hier... Da. Hm... Nein, 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 nein. Okay. So. Ansonsten... Wir könnten nochmal checken, ob das Ding tatsächlich... Also, das Ding, die Mermaid, ob die da noch irgendeinen Ausschlag gibt. Und ob das tatsächlich am Regen lag. Wie sind... Okay. What? Ich höre Musik. Moment, ist hier jemand? Was? 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 Äh... Guten Tag! Ich glaube, ich bin zum falschen Zeitpunkt hier gewesen. Äh... Hi! You are always most favorite. Wahahahaha! Du bist red, nehme ich an? Ja. Black girl. Ja, matey! You must have... What the fuck? I have a keen eye to have spotted our secret cove. Ja, die habe ich schon länger gesehen, aber ich wüsste nicht, dass hier so viel... Dass hier eine Party abgeht. Okay, das liegt also nicht am Wetter. Also, DAS liegt zumindest nicht am Wetter. Dartman. Dann... Muss ich irgendwas drücken? Mhm. Okay, ich kann... Okay, ich kann die Maus da nicht mehr bewegen, okay. 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 Wow! Okay. Es hat einen ziemlichen... Bereich, wo es trifft. Ich meine, mehr... Ja! Also, das war ja nur voll da oben bei der 3. Äh, 3x20. Aber wir treffen nur die 20, okay. Ähm, habe ich noch genug? Ja, wir müssen... Ähm, müssen uns mal langsam um das Lockout kümmern. Mal da hin. Ähm, wir müssen... Man muss mit doppelt... Wie hört das? Man muss mit doppelt auslocken, ne? Also, wir müssen... Doppelt 10. Wo ist die doppelt 10? Wo ist die doppelt 10? Hier. Ach, come on! Nice! Well, sink me. That's... That's some good throwing. Yeah, thank you. Also, war ein bisschen strange, aber hat funktioniert. Hab ich gewinnig... Was gewinn ich? Here's a little something. Okay. Es wäre schön, wenn das Spiel mir zeigen würde, wie viel ich gekriegt habe. Habe ich jetzt eine gekriegt? Er ist egal. Okay. Ähm... Is in a stupor? Okay. Bist du über Relay gefahren? Ja, tis true. Wtf? Alright, I'm just kidding. Okay. Okay. Well-dressed pirate. Ahem. Yarr. Yarr. Not convincing, huh? To tell you the truth, I don't really want to be a pirate. I'd rather grow palms. Unfortunately, there's no money in the palm business. What the... Moment, war das hier schon immer da? Äh... Wahrscheinlich. Ich hab's nur wahrscheinlich mit dem... Weil's nicht beleuchtet war, hab ich's wahrscheinlich mit dem... Mit dem Boden hier... Mit dem... Mit dem... Mit diesen Dingern hier verwechselt. Kommen wir hier rein? Okay. Also das... Ich meine, das sind Piraten mit... Die haben Waffen und... Also das ist... What the... Ah... O-Oh, Moment. Hier... Ist jemand hier? Du kochst da? Du bist im... ... in dem... What the... Ah... Okay. Okay. Ich meine, Musik, ja, vielleicht müssen wir hier einfach... Hm, mit dem Flutblock arbeiten. Nur, wieso sind da fünf verschiedene... Ich meine, es könnte sein, dass das die verschiedenen Thronhöhne sind. Aber nee, wir haben ja... Wir haben ja die... Die Töne. Wir wissen ja, welche Töne wir spielen. Wenn die eins bis fünf auch durchnummeriert sind, dann wissen wir, welchen wir... Ja, ja, Moment. Wir wissen, in welcher Reihenfolge wir... Ja, nur, dann brauchen wir... Wir wissen ja die Reihenfolge, in der wir die Töne produzieren. Nur, wir wissen nicht... Ja, doch. Wir wissen... Ach Gott, wir wissen auch, welche es sein müssen, weil wir... Ja, ja, die sind ja... Ja, Tonhöhe nach geordnet, die Dinger. Zumindest war das bei dem Mermaid Song so. Das würde heißen, dass wir das... Ja, aber wieso sehen die unterschiedlich aus? Okay, da müssen wir nochmal... Da müssen wir nochmal bei. Aber was wir in jedem Fall schon mal erreicht haben... Wir haben... Ähm... Ne, 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 ne... Clean and Sunny. Okay, da müssen wir nochmal unseren... ähm... Rain-Totem benutzen. Obwohl ich ganz gerne erstmal sicherstellen wollte... Aber das können wir ja nur testen, wenn dieses blöde Symbol da auch ist. Das geht ja jetzt wahrscheinlich... Können wir das ja wahrscheinlich nicht benutzen. Okay. So, hat sich hier schon was gehört? Nein, das dauert 14 Tage. 14 Tage macht es. Ja, 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 ja. Aber wir können... Oh! Fischcrest? Wir können... Ähm... Wir können mal gucken. Was... Wie kann ich euch denn helfen? Okay... Äh... Tarots... Ähm... Haben wir die? Ja... Bitte sehr! Gern gemacht. Äh... Also, gern geschehen. Also, gern gemacht hab ich das nicht. Aber... Ey, ja, bis schon. Also, passt schon. Ähm... Mal gucken, wie das Ding überhaupt funktioniert. Okay, das ist nicht die Position, es ist die Anzahl der Klicks, die die Tonhöhe in dem Fall... Es könnte sein, dass wir... Könnte das sein? Ich überlege, wie könnte das funktionieren? Ich werde es wahrscheinlich einfach ausprobieren müssen, aber ich überlege, ob wir nicht eventuell fünf Dinger brauchen und unterschiedliche... Dass wir die Töne quasi einstellen müssen. Vorher. Also in diesem Flutblatt... Jedes Mal, wenn wir klicken, verändern wir den Ton ja. Das kann es nicht sein. Okay, nee, das werden wir ausprobieren müssen. Da werden wir einfach nochmal mit Rain-Totem arbeiten müssen, damit wir da das erzwingen. Aber vorher will ich mal gucken, haben wir noch... Nein, haben wir noch... Truhen, ja, eine Truhe haben wir noch. Heute ist schon Night Market, ja, da wollen wir hin. Wir wollen aber auch... Wir wollen aber auch... Wir wollen auch unsere Geodes zerkloppen lassen. Wir wollen auch... Zu dem komischen... Oh, es gibt noch eine neue Quest. Okay, wir haben eine Menge zu tun. Ich meine, wir arbeiten im Moment sowieso eher in Ginger Island. Also können wir auch die Tropical-Fisch-Geschichte machen. Bist du endlich mal hier? Okay. Das hat... Mango-Sackling. Können wir bei uns im Dings vielleicht anbauen? Warte. Äh, im Gewächshaus. Okay. Das können wir nur verkaufen, ne, ja. Okay, aber das kann auch alles weg. Nein, 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 nein. Beer's fruit in the summer or all year round when planted on Ginger Island. Ja, oder bei uns im Gewächshaus. Okay, wir haben jetzt also Mango. Die können wir hoffentlich auch irgendwo kaufen, aber okay, die tun wir erst mal hier rein. So, da können wir noch mehr mit anbauen. Pineapple... Okay, okay, das ist einfach... Ja, damit können wir einfach nur... Das können wir einfach nur irgendwo hinstellen. Gut. Night Market ist aber nur nachts, ne? Ja, okay. Oh, nee, der ist immer. Okay. Ah, ja, unsere Crap-Pots sind auch weg, genau. Das ist... Hm, hm. Aber was gehen durch? Also erstmal kriegen wir kostenlosen Kaffee. Das Schub... Oh, hier können wir den Blob-Fisch. Das ist auch eventuell was Interessantes. Den gibt's nur da. Und den könnten wir eventuell dann in unseren Fisch-Pond reintun. Ja, 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 und den Spook-Fisch auch. Spook-Fisch und... Was ist der Spook-Fisch? Nee, der Spook-Fisch war aus der Mine, oder? Oder was der... Nee, das war der Ghost-Fisch. Äh. Aber der Blob-Fisch. Der Blob-Fisch, der war auch special. Ähm, ja, Free Cup of Coffee. Äh. Achso, dann gibt's den erst. Okay. So, wir können jetzt aber hier rein, ne? Und wir können ganz normal... Ja. Ja, ich wollte noch in die... Zum Communities... Also zum Joja-Markt. Oh, egal. Oh, es regnet. Okay, es regnet. Okay, okay, okay. Wir haben einen Regentag. Wir haben... Okay, wir können Sachen ausprobieren. Erstens ist die Mermaid wieder da. Ist sie. Gut. So, dann probieren wir jetzt Dinge aus. Das passt sich ganz hervorragend. Wir müssen das Ding hier hinstellen. Oh, wir stellen den Ton ein. Und müssen dann in die Nähe gehen. Okay. 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 Ja, nur Moment. Wie wollen wir denn dann... Ich meine, wir müssen die Zeit pausieren. Es wäre toll, wenn ich das machen könnte und das Bild sehen. Aber das kann ich nicht, ne? Ähm... Ja, aber ich habe das ja abgezeichnet. Also, wir haben... 1, 5, 4, 2, 3. 1, 5, 4, 2, 3. War der Song der Mermaid. Vielleicht kann ich das irgendwie in diese Dinger übersetzen. Möchte ich das vielleicht nacheinander machen? So. Aber jetzt gibt es ja schon einen Ton. Wenn ich hier langlaufe, passiert da was? Nope. Okay. 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 Es könnte sein, dass wir 6 Stück brauchen und die so in Reihe schalten müssen. Oder? Nee. Und... Ja, doch. Und wir gehen dann... Moment. Doch, 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 doch. Ja, ja, ja. Hier können wir nicht vorbeigehen. Also, wir gehen dann hier dran vorbei. Ich meine, hier oben können wir an allen vorbeigehen. Also, 5 oder 6? Okay. Bauen wir einfach mal nur welche. Ist ja egal. Wenn es nicht das ist, dann ist es das nicht. Dann laden wir neu. Ah... Wo war der blöde Flugblock? Wo war das hier? Kopperrohr. Okay. Also. So, also das hier waren zwei. Das waren zwei große... Also zwei kleine. Das sind zwei große. Wenn das Tonhöhen... Wenn das, wenn das, wenn das... Das Problem ist, dass ich das so nicht sehe. Das ist immer so ein Mittelgut. Vielleicht sind es... Zwei... Zwei... Eins... Zwei... 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 Drei... Vier... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwei... Zwei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Ich könnte mir vorstellen, das ist... So, diese sind jetzt alle gleich. Vielleicht sind es... Ich meine, wenn man mal so an Zählweisen denkt, dann könnten das auch fünf sein, die Großen. Also wenn es als Zahl zu interpretieren ist. Was die einzige Möglichkeit ist, weil das Einzige, was wir hier einstellen können, ist die Anzahl der Klicks. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass das... Es sei denn, es ist etwas völlig anderes. Aber wenn es mit diesen Dingern zu tun hat und wir die auch hier hinsetzen müssen, dann ist es wahrscheinlich eine Zahl. Also sagen wir mal... Eins, zwei. Das sind zehn, das wären elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das wären neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, okay. Hi. Fandst du gut. Machst du sonst noch was? Okay. Ja, wir sagen, dann lassen wir die Dinger hier. Und... Wir fahren zurück. Okay. Ja, es waren fünf. Nicht unlogisch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir wollen erst mal Kaffee. Dann wollen wir hier hin. Nee, vorher waren wir was anderes. Verkaufst du... Verkaufst nur Mist, ne? Können wir nicht... Du. Du verkaufst... Du verkaufst... Auch nur Mist. Da ist das. Das brauchen wir nicht. Du bist das. Wir brauchen... Das Ding haben wir, das Ding haben. Ich würde sagen, kaufen wir von allem mal was, ne? Ich glaube, że... Zu ver. Ich werde jetzt auch aus. Ich bin einfach... Ich bin einfach. igohne인- Okay, du verkaufst heute keine Von den Dingern, die pink aussehen Also Melons vermutlich Falls es Melons sind, aber juicy und pink Also das ist schon nicht unwahrscheinlich Das tun wir mal in den Missbereich, würde ich sagen Nein, 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 nein Okay Warum nicht, kaufen wir euch die Bilder weg Wir haben ja jetzt ein ganz neues Haus, das wir einrichten müssen So, hoffentlich können wir noch rechtzeitig Also Blobfisch wäre super Spookfisch wäre super Die anderen können wir, glaube ich, anders auch anderweitig kriegen Oh Mann Habe ich noch, habe ich nicht Ich meine, Seaweed schadet auch nicht Und da wir jetzt ja an einen speziellen Fisch denken, den wir haben wollen Okay, Spookfisch, schon mal gut Äh, kriegen wir bestimmt eine Menge Seaweed Das wir auch haben wollen Also können wir sozusagen, wir können den nur gewinnen Besser, ich vergesse die Zeit Und wir kommen, wir schlafen hier ein Okay, das ist Wie haben wir noch zwei Tage? Okay Okay, Spiel Okay, Spiel Ich tue so, als würde ich mich über den ANG aufregen Damit er merkt, dass ich Ne, damit er mir nicht Äh, also damit er mir weiter Seaweed gibt Weil das ja eigentlich etwas ist Worüber man sich in diesem Fall aufregen würde Weil man ja eigentlich Fisch haben will Ja, da wäre ein Blobfisch Sehr gut Aber wenn ich dem Spiel das Gefühl gebe Dass ich tatsächlich immer noch Fisch will Und kein Ne, kriege ich das hier Das ist aber die Frage, ob das Spiel mir das glaubt, ne Oder ob es mich durchschaut Und mir dann doch das andere gibt Okay, reicht So, und wir haben auch genug Seaweed Dass, äh, Robin uns einen neuen Fischpond bauen kann Kann sie Obwohl, ich glaube, im Night Market baut sie auch trotzdem Auch wenn der stattfindet Bin mir nicht hundertprozentig sicher Schauen wir mal Weißt du was, wir machen das anders Ja Thank you Okay Na, da haben wir ja doch noch was erreicht Also haben wir, äh, was haben wir dafür gekriegt Äh, äh, Walnuts, ne Ja Okay Cool Also mit anderen Worten Auf irgendwie Uns etwas mitzuteilen oder so Aber das ist ja eine andere Mermaid Das sind ja, ne Die, die kennen sich vielleicht gar nicht Und ich weiß auch nicht, ob die Töne die gleichen waren Ich finde mit Musik wirklich nicht gut Aber da es in dem Fall ja auch nicht Musik war, sondern es einfach um Abzählen ging Habe sogar ich es hingekriegt Okay Ja, äh, das sollte jetzt erstmal gewesen sein Ähm, ich denke Ich werde dann mich noch um den, äh, Fisch kümmern Wir können mal gucken Was der Spookfisch so bringt Eine Treasure Chest Toll Null Prozent Was ist denn das für ein Bullshit Okay Also ich nehme an, eine sehr kleine Chance Warptot im Farm Das klingt schon besser Zwei Prozent Und Pearl Okay, das, okay Wir machen Ploppfisch Okay Ja, da würde ich sagen Äh, das war's fürs Erste Äh, vielleicht Äh, schiebe ich noch was nach Wenn mir am Ginger Island Irgendwas passiert Äh, was bemerkenswert ist Also wenn wir irgendwelche Walnuts finden Oder wenn ich rauskriege Wofür die Spa-Ding gut ist Und ansonsten haben wir jetzt aber zumindest Äh, die Mermaid klar gemacht Also, ne Das Rätsel Und Die, 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 die Die Pirates da angetroffen Das war, also das war wirklich Überraschend Okay Ja, ähm Das war's fürs Erste Bis dahin Tschüss Ja, da bin ich nochmal Und wir wollen heute Mal ein paar Hard-Events abarbeiten Äh, mit den Dorfbewohnern Und, äh, ich habe ein paar Sachen auf der Farm Verbereitet für den Frühling Äh, das habe ich gestern gemacht Und, äh, bekommen hier irgendwas Ne, komm mal Gut Und, äh Ja, das Ding können wir auch noch Hinsetzen Da haben wir Mail Äh, kein Mensch Ähm Nur hier Okay, ähm Haben wir hier irgendwas zu tun Ja, äh, also ich wollte ein paar Hard-Events machen Aber so wie es aussieht Haben wir hier erstmal andere Sachen zu tun Ähm, und Pine-Empel wachsen immer wieder Das ist schon mal gut Ähm, Rhubarb Wissen wir, dass wir damit machen Damit können wir Jelly machen Und Wein Und Pie Gut, ja, also ich werde hier erstmal ein bisschen ernten Und dann, äh, melde ich mich wieder Wenn wir bei den Dorfbewohnern, äh, vorbeischauen Und ihre Cutscenes uns angucken Und dann haben wir noch die Den Job Ne, das ist nicht so wichtig Das hier Ich muss in 5 Tagen Jeweils 5 von diesen Fischen fangen In Ginger Island Das sollte machbar sein Und, äh Ja, das ist der Plan Für diesen Clip Und, äh Also, bis gleich Okay Ja, hier haben wir schon mal Ein Hard-Event Nämlich das von Caroline Das schon eine Langeweile ausstand Ähm Ich glaube, das ist das erste Ich war nie in ihrem Wintergarten hier Und, äh Oder Private Sunroom Und wenn wir das machen Bekommen wir danach, glaube ich, auch das Rezept für ihren Tee Ähm So, das ist ja alles ganz toll hier Hast du gut gemacht Thank you Thank you I've worked very hard to make it this way Okay Aha A sanctuary A place where I can always find peace Mhm And it's a perfect place to drink my homegrown tea Here, let's have a cup Okay, das ist Da ist er Da sind überhaupt keine Halluzinogenen Substanzen drin Überhaupt nicht Und, wie üblich Einmal saufen So Delicious Ja, ja Ähm Delicious ist Code für Fault Ja, also sie ist jetzt, ne Die ist jetzt komplett, ähm Ja, ja Fresh cupped Little ritual Okay Wird dabei irgendwas Irgendwas blasphemisches beschworen Es sieht so aus Ähm When I'm alone With relaxing tea Yes Das ist Wenn mein Tee so aussieht Würde ich mir Gedanken machen Also diese Sparklings Und diese, 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 diese Konzentrischen Kreise hier In meinem Mind Ist, würde Who knows what might appear Ja, ja Natürlich Ja, ja Eine, eine Ja, ja Das Ja, nein Ja Auch das Okay Ja, ja Da ist eine ganze Menge Oh Gott Was da alles drin ist Für, für Kram Oh Gott Das ist Da brauchst du ein ganzes Drogenlabor für Um das alles So, I hope that makes sense Not in the slightest Bitte Das Bitte Oh Gott Life can be pretty hectic So Having a hobby Like this Is nice Ja, wir werden das Zeug Natürlich dann Fett Wir werden nachdem Wir das Rezept haben Das Zeug auch produzieren Und dann verticken Ähm Feel free to come here And relax anytime you want Okay Okay Oh, let's not do that So Kriegen wir hier nochmal ein Hard Event Wenn wir wieder reingehen Ähm So, ich weiß ehrlich gesagt nicht Wo wir noch überall welche haben Ich hatte Wir müssen einfach Ich muss einfach häufiger Hier in alle Häuser einbrechen Und dann können wir auch eventuell Das nochmal machen So So haben wir hier zum Beispiel Wieder irgendwas Sieht nicht so aus Geht's hier eigentlich Hier war ich auch noch nirgendwo Guck mal hier irgendwo hin Okay Okay Harvey looks busy right now Okay Okay Hier war ich noch nie Glaub ich Und hier in der Klinik Ist auch gerade keiner Na gut, wird nicht so wichtig sein So Dann, äh Wollen wir Äh Hier rein Hier haben wir glaube ich auch noch Ein paar Sachen Oh ja Was ist hier das Problem? Hey Lieb I just can't get this jar open Ja Da muss ja mal der Der Mann ran Nicht wahr? Das wird ja hundertprozentig Das ist überhaupt nicht Klischee beladen Ich meine Warmes Wasser hilft Umdrehen auf Aber It's you Pöks Okay, du kennst nicht mal meinen Namen Das ist okay Bin ich nicht irgendwie Held des Tals Hero of the Valley You're pretty strong Yes Also Bin ich nicht Aber Also Warte, guck die noch Kopfgröße Ey, ist egal Ähm Okay Er macht das Okay Er macht das auch Auf die einfache mechanische Art Okay Und das hat offensichtlich funktioniert Hey, you did it You're stronger than you look Ich bin genauso stark Wie ich aussehe Äh Finde ich nicht gut Sie findet das lustig Gut Thanks Okay I wish someone would bring me a peppermint coffee Peppermint coffee Also kannst du ein bisschen Aufgeschnittenen Fisch haben Bitte sehr Ähm So Die Bekloppte ist nicht da Ist gut Ähm Oh ne Die ist doch da Da steht sie ja Hallo Alien I I'm made for such a big house The hassle to keep it clean Okay So Okay Dich müssen wir schon Du bist so friendly Dass wir dich schon fast Ähm Wegheiraten können Ähm Was wir nicht wollen Weil wir schon verheiratet sind Und das ist ja hier Das ist so ein bisschen Ähm Monogam Anveranlagt Hier das Spiel Da Das ist Ähm Leute Der kann machen Was er will Ähm So viele hard events Waren es gar nicht Es waren glaube ich Nur die beiden Ich wollte aber in erster Linie Die 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 Geschichte mit Dingens haben Mit Caroline Und wir können hier mal Bei Krokus vorbeischauen Der anders heißt Aber ich nenne ihn immer Krokus Weil ich mir seinen Namen Nicht merke Krobus Krobus Aber Void Essence Mochtest du auch Ne Nee Void Oh ja Genau Keine Void Essence Sondern Äh Void Eggs Und all so ein Kram Ähm Wo finden wir das Das finden wir Hier haben wir doch bestimmt Hier Oder haben wir doch eins Bitte sehr Perfekt Ähm So ich habe auch am Night Market Äh bisschen Kram gekauft Ja das hatte ich glaube ich Schon erwähnt Habe ich Kram gekauft Und wir wollen jetzt Was wollen wir jetzt noch machen Ich würde sagen Ich werde jetzt mal Äh Nicht mehr viel Zeit Ähm Zum Äh Das müssen wir nicht mehr machen Wir können ja Ich kann ja nochmal ein bisschen Hier rüber Rüber segeln Und äh Zwar nicht lange Aber für ein bisschen Zeit Für ein bisschen reicht es Haben wir hier vielleicht Irgendwo einen Fishing Spot Hier nicht Okay die Dinger bleiben hier Und hier haben wir einen Fishing Spot Da würde ich sagen Fischen wir hier doch gleich mal Also wir brauchen irgendwie Fünf tropische Fische Verschiedener Art Äh Den zum Beispiel Das war zu weit oder Nee reicht Bin mir sicher Der ist da auch bei Lein Fisch Disgust Ich glaube hier können wir auch nur Lein Fisch fangen Oder So aus Ist das das einzige Das wir hier fangen Seaweed wäre toll Night Market Ja das ist schön Spiel Wir haben Brauchen wir im Moment nicht Die Information Aber Okay Lein Fisch haben wir Blut Stingway Gab es glaube ich hier Ist die Party Okay die Party ist vorbei Vielleicht nur an bestimmten Tagen Also zum Night Market Werden wir wieder gucken Weil wir da wieder ein paar Dings kaufen wollen Ein paar Seeds Für unseren Äh Was wir vielleicht Hier Hier anbauen müssen Questenmäßig Und überhaupt Damit wir auch einfach Ich hab mir auch schon gleich Hopfen gekauft Fürs nächste Jahr Dass ich Das schon mal Vorrätig habe Ähm Weil Dass wir da nicht Am ersten Tag Des jeweiligen Der jeweiligen Season Immer gleich losrennen müssen Wie die Hammerkranken Ähm Dafür ist der Night Market Ganz gut Weil da gibt es halt Ich glaube über diese drei Tage Verteilt Alle Samen der jeweiligen Seasons Also Frühling Sommer Herbst Glaube ich zumindest Wie brauchen wir noch einen Das ist er nicht Der ist zu einfach Come on An noch Ach come on Spiel jetzt Das ist er nicht Das ist er nicht Das ist er nicht Schon wieder so ne... Okay... Das ist das Ding. Okay. Gut! Blöde treasuredinger. So. Ah, fehlt noch einer? Okay. Okay, da würde ich sagen, benutzen wir einfach... Ach, haben wir davon... Bitch, haben wir noch. So, und ich habe auch die Mermaid-Geschichte nochmal gemacht, da passiert nichts mehr, nichts Neues. So, müssen wir mit dem Fisch noch irgendwas machen, oder müssen wir den nur fangen? Müssen wir nur fangen, dann können wir ihn also verticken. Oh, die brauchen wir für Sea Foam Pudding. Das ist ganz gut. Das brauchen wir für... Tuner brauchen wir für Fischtacke... Okay, also behalten wir den... Das brauchen wir im Moment nicht... Ich... Ich stecke nicht mal... Okay. Ähm... So, ja, hier bei dir wollen wir... Amaranth Seeds... Achso, da kannst du... Verkaufst immer nur einen, so stimmt. Okay... Verkaufst aber nicht das, was wir haben. Wir bräuchten noch so ein... Super... Super Flower... Ancient Gedöns. So, Corn Seeds haben wir schon. So, ein Eggblend... Ich glaube, davon habe ich auch noch welche, aber ich meine... Jetzt kaufen wir sie einfach hier. Das habe ich definitiv schon. So... Sunflower Seed haben wir auch schon. Das müsste ich eigentlich auch schon haben, aber nur für den Fall. Gut. So, das tun wir jetzt alles in unsere... Nein, in unsere Misk-Truhe. Das, 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 das... Das, 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 das... Das... Okay. Gut, haben wir das erledigt. Äh... Verangeln müssen wir nicht. Da müssen wir auch nichts mitmachen. Gut. Haben wir das gemacht. Jetzt können wir diese blöde... Äh... Naja, ist zu spät. Überlegt, ob wir nochmal zur Gin... Nach Ginger Island fahren. Obwohl, wir könnten ja hinfahren und dann da schlafen. Ach, Blöds brauchen wir nicht. Machen wir morgen einfach, ähm... Nochmal nach Ginger Island, um die letzten Fische zu fangen. Ja, und irgendwann werde ich dann auch mal sehen müssen, dass ich wieder ein bisschen Iridium einbaue. Ich habe nämlich schon mal, ähm, für, für den Frühling geplant, hier eine weitere, eine weitere von den Hatz hier. Und ich will hier, äh, dann Hopfen anbauen. Oder beziehungsweise die, also diese Dinger, wo man, die man nicht so gut ernten kann. Ähm, da will ich mal gucken, ob die das hinkriegen, die, diese Viecher. Hm. Und... Ah, ich habe eine Idee, wo wir das hinstellen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir, ähm, die Quest mit den... Mit den Crops... Ich hoffe, dass es Melons sind. Das werden wir dann auch, werden wir dann auch mal probieren. Und ich will auch mal wissen, ob das in, in Ginger Island, ob das so funktioniert wie unser Greenhouse. Weil da ist ja eigentlich immer Sommer. So scheint mein Eindruck zu sein. Also ob da, oder zumindest ist es immer warm. Ob wir da also quasi wie im Greenhouse alle Crops zu jeder Zeit anbauen können. Das ist noch eine interessante Sache, die ich noch rauskriegen will. Und, ähm, ja, das waren die Hard Events. Haben wir sonst noch irgendwas zu erledigen? Ich glaube nicht. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns, äh, wieder, wenn... Ich meine, ich werde jetzt noch die Quester machen mit den Dings, mit den Fischen. Ja, wenn in Ginger Island irgendwas passiert, melde ich mich nochmal. Also, bis dann. Ja, und hier haben wir ja am nächsten Morgen unsere Mail für, ähm, in Close Instructions von How to Prepare and Grow Your Own Tea. Ähm, wir haben jetzt also Crafting Recipe für Tea Sapling. Okay, da sollen wir uns gleich mal angucken. Ähm, Crafting White Seeds Any, Fiber and Wood. Takes 20 days to mature, produces tea leaves during the final week of each season except winter. No watering necessary. Das ist ganz praktisch. Ähm, das können wir also irgendwo hinbauen. Und, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Ding am Leben bleibt oder ob das wegstirbt. Am Ende einer Season und ob es im Winter stirbt. Ähm, das sind Sachen, die wir noch ausprobieren wollen. Mal gucken, haben wir Wild Seeds? Ne, aber ich glaube, Wild Seeds können wir herstellen, oder? Wild Seeds, Wild Seeds. Oh ja, da brauchen wir den ganzen Kram. Okay. Wild Spring Seeds. Oh, Moment. Any. Okay, also ist egal welche wir nehmen. Wir können also Summer. Okay. Ja gut, da werde ich ein bisschen Wild Seeds sammeln müssen. Beziehungsweise hier Kram sammeln müssen. Das wäre da Crystal Food Snowy im Krokus. Das haben wir alles nicht. Ja gut, da habe ich ein bisschen was vor mir. Und dann werden wir ein bisschen Tee anbauen können in Zukunft. Okay. Ja, hier bin ich wieder auf Ginger Island. Wir haben gerade die Quest mit dem Fischding erledigt. Ich habe die Blue Discus gefangen. Und ich habe gesehen, dass hier eine Menge gewachsen ist. Wir wollen mal gucken, ob der Kollege eventuell... Ob das dabei ist, was der Kollege hier haben wollte. Wir haben das Richtige dabei. Also ist es vermutlich... Ja, pink. Das wird das sein. Okay. Gut. Das... Und eine Sache noch. Ich habe mir mal ein paar Möglichkeiten hier angeguckt. Wie wir hier... Hier fehlen uns ja noch die Dinger. Die Walnuts. Von denen wir wissen, wo sie sind. Aber wir kommen irgendwie nicht hin. Äh... Ach, zählen wollte ich noch. Ähm... Ja. Okay. Okay. Also wir haben hier welche. Und da. Hier können wir... Ich meine, wir kommen hier durch. Aber... Kommen wir... Moment. Hier war ich schon mal, glaube ich. Oder? Nee, hier... Oder? Waren wir hier schon mal? Ich glaube... Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Bin ich da nicht durchgegangen? Offensichtlich nicht. Okay. Das war gut. Ähm... Wir haben... Habe ich mir noch irgendeine Notiz gemacht? Ja. Äh... Genau. Check... Check Cave. Genau. Ähm... Cave. Hier. Das ist offensichtlich das, wie wir hier hinkommen. Und der Eingang dazu wäre ja logischerweise... Hier. Aber ich glaube, da habe ich nichts gesehen. Oder habe ich das schon... Nee, aber hier reingeguckt haben wir ja schon mal. Oh. Oh. Ja, hier ist nichts. Können wir hier irgendwas vielleicht kaputt machen? No. Okay. Hm. Wo ist unsere Farm Cave? Franzöqu asylum. Okay, das ist ja gut. auf èm ... auf ones... ja, natürlich gibt es eine black 물ulation. Okay, wo könnte, also hier können wir nicht rein, die einzige andere Höhle, die, Moment, es gibt noch einen, ja, da war das, genau, hier, wir haben noch die Höhle und hier war auch noch etwas, was ich auch noch checken wollte. Hier, hier müssen wir doch irgendwie, ich bin so doof, natürlich können wir hier hin, es dauert nur einen Moment, können wir nicht auch, wir können auch das machen. Okay, das ist bestimmt der Höhlenausgang, oder? Ja, ja, jetzt ist der Ding late, aber das werden wir jetzt noch machen. Ist das der? Ja, sehr schön. Okay, aber da kommen wir nicht, okay, da kommen wir nicht durch. Und die bleiben, das ist, das ist nett. So, da haben wir den, das haben wir gecheckt, das haben wir gecheckt, okay, dann haben wir den Vulkan auch soweit erkundet. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt hier schlafen und machen dann morgen Vulkan Dungeon. Weil, irgendwo müssen wir ja noch diese ganzen, und ich kann mal die Mistdinger zählen, hier die blöden Teile. Aber erstmal gehen wir schlafen. Und ja, da melde ich mich morgen wieder. Okay, da bin ich wieder. Wir, ich habe die blöden Dinger gezählt, es müssten 18 sein. Äh, Purple Starfish, 18. Okay, war richtig, sehr gut. Haben wir gut gemacht. Gibt es jetzt noch irgendwas hier? Okay, das ist jetzt erledigt. Ja, das ist noch schade. Okay, dann, also, ähm. Ab in die, äh, ins Dungeon und schau mal, wie weit war, lasst mich durch, wie weit war kommen. Wir müssten ja inzwischen ein bisschen besser, unsere Waffe müsste ja ein bisschen besser sein. Es gibt mir so ein bisschen Legend of Grimlock-Vibes hier, dass hier die, 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 die Einzelteile vom Cube hier rumliegen. Und wir müssen auch mal gucken, ob wir eventuell noch eine Quest haben, diese... Ich glaube, wir hatten noch eine Geschichte, dass wir diese Dinger killen sollten, die, diese Fliege, Fliege Teile. Ähm, von unserem, von unser Adventurous Guild. Gott, ist das... Okay. 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 Was ist die? Nicht jeden Schadenspunkt einstecken, den ich einstecken muss, Birx, das wäre super. Also ein bisschen lästig ist bei der Bomberei, dass die Sachen auch gerne mal in die Geschichte hier fallen. Lava. Die Schadenspunkt. 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 schon, aber es ist immer noch relativ selten. Warum machst du das noch um? Warum? Ich gucke zur Seite, ich klicke zur Seite. Egal. Okay. Also diese 10 Level kann man in einem Sitting, wenn man sich beeilt, schaffen. Also wir beeilen uns gerade jetzt nun nicht unbedingt, aber vom Prinzip geht das. Aber wir haben ja auch den Shortcut, also wir brauchen das Ding ja auch gar nicht. Fällt mir gerade wieder ein, ich muss ja gar nicht durchlaufen. Ich laufe ja durch, weil ich Hoffnung habe. Oh, hallo. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden, was wir noch nicht kennen. Und ansonsten in der Hoffnung, dass wir noch mehr Walnuts finden. Okay. Du lässt Bomben fallen. Wo haben wir Mining, 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 Mining? Das ist neu, glaube ich. Okay. So. Hier können wir erst mal wieder schön einkaufen gehen. Das ist wirklich sehr hilfreich. Ja, die können wir irgendwann mal kaufen. Kann, 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 kann Kram drin sein. Ja, das ist wirklich sehr hilfreich. Okay. 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 Oh, hier... Es sieht besonders aus, aber ich glaube nicht, dass das besonders ist, was wir da sehen. Okay. 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 I just gave it a bit of me. Okay. I just gave it a bit of my time. Oh, was ist das hier, was ist das hier, was ist das hier, was ist das hier, was ist das hier? Okay, einfach nur. Okay. Das sieht ein bisschen special aus hier. Okay, wie kommen wir da zur Seite? Hier einfach hingehen. Komisch. Man, es kann einfach seltsame Levelgenerierung sein, dass man da nicht hinkommt. Hier ist auch irgendwas. Könntest du mal endlich sterben? Sag mal. Sag mal. Also wirklich. Das ist alles, das ist alles ein bisschen viel. So, das kommt weg. 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 Ist das ein Tier? Können wir das ausbrüten? Das muss man unbedingt ausprobieren, ob wir das ausbrüten können. Das könnte interessant sein. Das könnte interessant sein. Das ist auch praktisch. Das ist auch praktisch. Später werden wir dann am besten zurück zur Farm, würde ich sagen. Okay. Ach so, wir haben übrigens Meldung bekommen. I think fishing trip. I'm proud of you. Was ist das? Special fish tank. Okay. Coconut. I have nowhere of getting a coconut. Ja, kann man machen. Ach, du müsstest dieses blöde andere Fischding auch noch davon suchen. Hier können wir jetzt einen Fisch tank. Okay. Ich meine, hier haben wir ja einen ganzen Raum frei. Da kann der hin. Hier irgendwo da. So, warum nicht. Ja, dann müssen wir auch noch die kleinen Aufträge hier machen. Ja, komm her. Bussi. Kein Bussi. Oh, es ist kein Bussi. Gut. Ähm. Ach so, die Quest für die Fische ist das Ding inzwischen fertig. Die wollen eingelegte, ähm, eingelegtes Gemüse haben. Aus irgendeinem Grund. Äh, haben wir das inzwischen? Wollen wir mal gucken. Big Shad. Preserve Jams. Ja. Bitte sehr. Everything is okay. Sehr gut. Das verkaufen wir mal alles. Das können wir ja. Ja, das geht zur Not. Kann ich wieder was machen, wenn wir was brauchen. Ähm, das können wir auch verkaufen. Das können wir verkaufen. So, und hier wollen wir mal gucken, ob wir das, ob wir das hier reintun können. Ich würde sagen, nein. Animal, animal product, nee, Moment, dann doch. Ha. Hm. Vielleicht nicht hier, vielleicht nur auf Ginger Island, wäre möglich. Okay, aber das Ding behalten wir in jedem Fall erstmal zurück. Da wollen wir noch Sachen mitmachen. Ähm, so, dann sollten wir noch Fisch, so, was waren unsere Jobs? Exotic Spirit, Coconut, das können wir machen. Ähm, Coconuts haben wir. Und dann sollten wir Link Card fangen, ne? Das war der andere Job. Link Card. Ist im River, ja, dann machen wir das mal kurz. Habe ich die Tiere eingefasst? Weil nicht mehr, aber hoffentlich. Ähm. Und dann gucken wir zurück nach Ginger Island, weil ich glaube, da haben wir noch ein, zwei Sachen, die wir machen können. Wir haben, wir haben, wahrscheinlich müssten unsere Melons inzwischen gewachsen sein. Da müssten wir also was machen können. Da müssen wir nochmal ein bisschen zack, 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 zack. Äh, nehmen wir das Ding, Town. Und dann kommen wir ein bisschen. Das lief ja hervorragend. Wer wollte den haben? Willi bestimmt, ne? So, können wir zu Gas schon? Oder hat der Laden noch zu, ne? Du bist nicht Gas, du bist der andere Typ. Aber du bist im Prinzip jemand, den ich relativ selten sehe. Sehen wir dir mal was? Ich hab geraten. Hier, Start-Up-Salon. Lass mich durch. Okay, haben wir erledigt. Sehr gut, so. Wo kommt, was ist denn? Okay, offensichtlich machen gerade alle Leute irgendwas zu dieser Zeit. So, Willi, bist du hier? Ich hätte vorher gucken sollen, ob du hier bist. Was war der Weg umsonst? Du bist natürlich nicht hier. Wo zur Hölle bist du? Und wer hat Geburtstag? Du hast Geburtstag. Okay. Willi, 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 Willi. Weil du angeln bist. Okay. Na gut, kommen wir später drum, wie wir wollen. Ah, das gilt nicht. Ich dachte gerade, ob wir ihn jetzt auf diese Weise das Ding geben können. Okay. Aus irgendeinem Grund ist heute keiner hier. Ist heute irgendwas? Nö. So, was wollte ich machen? Ich wollte ins Dings und das Ding. Also, mehrere Dings wollten wir machen. Wir wollten einmal... Bin mir ziemlich sicher, das ist etwas, was wir noch nicht hatten hier. Okay, thank you. And would you look at that. With this donation, we've got another full set piece. Okay. Here at the counter. Okay, wir haben also wieder eine... Okay, 20... Also, wir haben wieder 20 voll. Das heißt, wir könnten wieder irgendwas machen. Wollen wir hier irgendwas... Äh, nicht so richtig. Wollen gucken wir... Wir machen erst mal... Wir machen erst mal... Einmal irgendeinen schönen Food, den wir essen wollen. Der war in der Küche. Das hatte ich ja schon geändert. Wow. What the... Hier können wir Fische reintun? Jetzt ehrlich? Moment. Wozu ist das gut? Okay, da müssen wir vielleicht von Hand reintun. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber... Okay, es ist da. Ja, so, wir wollen, ähm... Fische wollen wir nicht. Attack wollen wir. Nein. Essen. Pöks, weißt du noch, wie man isst? So. Pöks, kein Essen. Pöks, weißt du noch, wie man ist, 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 wie man ist. Pöks, weißt du noch, wie man ist, wie man ist, wie man ist. Pöks, weißt du noch, wie man ist, wie man ist, wie man... Wo ist man da durch? Nee, müssen wir nicht. Gut, dann machen wir's auch nicht. Kann ich irgendwas mit diesen? Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas mit diesen Dingern hier machen. Mit diesen Knochen. Ich meine, wenn ihr einzeln seid und von Norden kommt, kann man mit euch arbeiten. Okay. Oh, Inventory war voll. Da hast du irgendwas fallen lassen, was ganz gut aussah. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ein Problem. Okay, hier kommt es da mit. Minerals. Tschüss, tschüss, tschüss. Das kommt zu Fruits, das kommt zu Mining Resources und das kommt, das behalten wir erstmal. Ne, das kommt hier rein. What the? Ach, Gott, dieses Spiel. Immer aufpassen, wo der Mauskäuser drüber ist und dann hängt es noch von anderen Sachen ab. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rüber. Komm her. Nein. Okay. Nee, kommt her. Heute noch. Ich meine, die Level sind durchaus interessant. Und variabel genug, da ist nichts. Oh, Gott, das ist ein ganz entspannend. Das ist ein casualer Game. Na, was? Äh. Ja, der Mauskäuser war zu weit unten. Manchmal kommt es drauf an, äh, wo der Mauskäuser ist. Beim... Äh, manchmal nicht. Manchmal schon. Also passiert uns ein Hauskäuser. Das war's für heute. Ja, spreng das in die Luft, danke. Das war's für heute. Okay, aufräumen, 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 aufräumen. Das kann da rein, das kann weg, das, 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 das. Das, 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 das. Okay, also der Fischdenk stört mich ja jetzt schon, weil der war, das erste ist, aber die kann ich umbenennen, dass er nicht das erste auf der Liste ist. Aber das ist immer das erste ist, was wir da anwählen, wenn wir unser Farmhaus auswählen. Okay. 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 Was ist das? Dragontooth, das suchen wir. Okay. Okay, die spawnen also hier und die spawnen bei diesen Dingern. Okay, das ergibt einen gewissen Sinn und bomben kann man die auch nicht, kann man auf diese Weise auch rausgekriegt. Jetzt wäre sterben richtig doof. Okay. Okay, also wir wissen, wo wir Dragontooth, also zumindest theoretisch herbekommen. Es ist halt die Frage, ob es da irgendwie einen Ort gibt, wo die vielleicht ein bisschen häufiger spawnen oder so. Weil ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingern gesehen, von diesen Bonedingern und da war jetzt einmal einer dabei. Das ist jetzt nicht so, wie schon wieder Inventory full, das ist großer Spaß. Ich meine, wir kriegen, jetzt könnten wir eventuell auch die besseren Schuhe kaufen, so das hier. Rumor to the teeth of ancient surface. Pure Video. Darum brauchen wir zehn Stück für den Island Obel. Ja, und Bananananas da. Die müssen wir auch noch irgendwo herkriegen. Ich meine, vielleicht, es gibt da eine dieser, die einen Papageien haben noch diesen Trader dahin gemacht. Vielleicht verkauft der das. Das wäre noch eine Option. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir erstmal hier in unsere Special Chests tun sollten. Genau so wie das. Das sind alles Minos. Zack, 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 zack. look. Interessant, interessant, interessant. Okay. Also, mein Gefühl ist, dass es hier in diesem... Fuck. Schon wieder Tag rum. Irgendwas Interessantes hier... So würde ich sagen... Ab nach Hause. Ich würde sagen, dass es hier noch eine ganze Menge interessante Sachen gibt. Sollten wir dann Geburtstag wieder nicht... Ach, egal. In dem Vulkan-Dungeon... Also, da wären wir, glaube ich, noch... So, was können wir jetzt mit diesem Fischtank machen? Was können wir mit diesem Fischtank machen? Ich nehme mal an, irgendwas reintun oder so. Oder? Würde ich jetzt mal vermuten... Brauchen wir Wasser vielleicht? Ah, gerne. Das checken wir morgen. Wir gehen jetzt schlafen. Okay. Ja, ich denke, das war es. Fürs Erste mal gucken, wie viel Geld wir machen. Na gut, nach 50.000. Könnten wir bräuchten noch einen Fischpond an weiteren... Aber ich glaube, ich habe kein Seaweed mehr. Okay. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich melde mich wieder, wenn was passiert. Ansonsten sehen wir uns im Stream. Also, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.